Heute mit Linett Heimrich von der IHK in München. Linett, IHK in München ist ja eigentlich einer der Top-Partner neben der Stadt München und neben der EU-Kommission für den Crowd-Dialog dieses Jahr im November. Wie ist denn deine Erfahrung im Laufe eines Jahres zum Thema Crowd-Funding und natürlich auch im Blick auf die Regulierungen, die jetzt gerade dieses Jahr auch in Kraft getreten sind? Also die Entwicklung von Unternehmensseite vielleicht mal ausbetrachtet, kann ich feststellen, die jetzt sehr viel zu tun hat mit Gründern und Start-ups, die sich eben für Crowd-Funding interessieren, dass das Interesse stark zugenommen hat seit dem ersten Jahr. Also es kommen immer mehr in die Beratung zu uns in die IHK. Natürlich ist es nicht für jeden eine Option, nicht für jede eine Alternative, aber das Bewusstsein für Crowd-Funding und der Beratungsbedarf ist definitiv gestiegen. Was die Regulierung angeht, haben wir uns sehr stark eingesetzt dafür, dass das Kleiner-Liga-Schutzgesetz eben nachgebessert wird in bestimmten Punkten, die Crowd-Investing unmöglich gemacht hätten. Das ist uns eigentlich auch sehr gut gelungen. Also wir sind hier über den Deutschen Industrie- und Handelskammertag gegangen und die kritischen Punkte, wie zum Beispiel die Obergrenze und das Werbeverbot für Crowd-Investing-Angebote wurden eben nicht so realisiert, wie sie am Anfang gedacht waren. Und da sind wir eigentlich sehr froh, dass wir hier das Schlimmste mit abwenden konnten und sind da eigentlich zufrieden mit dem Ergebnis. Ja, von der Summe vielleicht, wenn du mal siehst, sind da mehr Leute gekommen in die Beratung und interessieren sich mehr dafür? Ist es mehr eine Anschlussfinanzierung, ist es eine Erstfinanzierung? Es ist in den meisten Fällen tatsächlich eine Erstfinanzierung. Also es geht sehr häufig um Produkte, die eben produziert werden müssen und da einfach um die Liefer- und Produktskosten zu stemmen. Da interessieren sich viele für Crowdfunding, allerdings auch nicht nur wegen des Finanzierungsaspekts, sondern ganz besonders auch wegen der Marketing-Wirkung, die so eine Crowdfunding-Kampagne haben kann. Und es hat sich tatsächlich gesteigert, also wenn ich schaue, die Zahlen letztes Jahr, Beratung, würde ich sagen so eine pro Woche sind es jetzt schon drei bis vier pro Woche. Pro Woche, meine ich. Ja, dieses Jahr sind es jetzt wirklich schon, es hat sich mindestens verdoppelt, ja. Okay, super. Es gibt natürlich auch gewisse, sag ich mal, Peaks, ja. Also wir haben ja eine Veranstaltung Crowdfunding Night, die wir vierteljährlich machen. Danach kommen natürlich auch immer sehr viele dann in die Beratung. Drei bis für die Woche, das sind ja 150 Beratungen. Ja, weil viele wissen ja auch erstmal nicht, dass die IHK das überhaupt anbietet und wenn die das dann über Dritte erfahren oder eben über uns direkt erfahren, dann nehmen auch viele das Angebot in Anspruch und gehen dann eigentlich auch immer ganz zufrieden raus. Also zumindest für eine erste Orientierung und einfach zu entscheiden, ist es überhaupt für mich eine Option oder nicht. Super. Vielen Dank. Wer noch mehr erfahren möchte von Linett und natürlich dem, was die IHK München Tolles macht, einfach auf die IHK Webseite gehen und wer Linett dann live erleben möchte, auch am 26. November ist sie beim Crowddiolog in München mit dabei und der BBB Crowddiolog.de. Vielen Dank und noch viel Spaß. Ich freue mich drauf. Danke.